Bist du, was ich denke, dass du das bist? Ja, du bist, was ich denke, dass du bist. Warte, 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 ich will es haben. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Nein, du schwere Wälle, das ist unnützlich. Wenn ich fliege. Wenn ich fliege. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ich rotsche, ich rotsche, ich stopp! Komm mal. Komm mal nicht. Komm mal nicht. Kann ich mit was anderen abwerfen? Ey du Ey du Vorsicht, ich kriege richtig eine Schlammkugel Nö, jetzt mag ich sie Nö, sowas hieb auch nicht Ach, die da unten So Was soll ich da? Ich war da schon Was gibt es da? Hallo 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 So kam die Zeit Ja Pankflamm Der schläft. Das gibt Kopfschmerzen. Ja, ich hab mal anflammt. So, Minusius, Liste, Frischbeinsel, Mokoskampffeld, Blödsortepel. Okay. Aufi, aufi! Du da, ich will gehen. Ja, ich bin weg. Dankeschön. Wie viel Geld man einfach für zwei Programme bekommen? Oh, ich hab die Agatha vollständig. Du bist auch instant vollständig. Warum? Weil ich 19 Mal Genesung gesehen hab. Ah, das müsste fehlen. Jo, Forschungsrache 6. Ab zu Zerlässers. Du weißt, wie es geht. Ja. Klopf, klopf. Zerlässers. Zerlässers. Ich will meinen Rang. Los. Hi, was geht. Allerdings kommt's mir öfter vor. Mir auch. Ich erkenne deinen Fortschritt an. Damit hast du dir einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Ja. Ich erkenne den Fortschritt. Ich erkenne den Fortschritt an. Ja, ich erkenne den Fortschritt an. Ja, ich erkenne den Fortschritt an. Ja. Du bist nun offiziell ein 6 Sterne Mitglied der Galactic Expedition. Du kannst um die Babelle einsetzen. Ab sofort werden die Pokéron bis Level 80 im Kampf gehorchen. Zudem fällt die Belohnung für deine Forschungsberichte nun größer aus. Das hier sollst du auch noch bekommen. Diese Anleitungen werden dir sicher von Nutzen sein. Du hast hier Anleitung für Hyperbälle. Die Anleitung zur Herstellung eines Hyperballs. Benötigte Materialien, ne Aprikoko, zwei Eisenbrocken und zwei Gwennsteine. Uh, Top-Tränke. Die Anleitung zur Herstellung eines Top-Tranks. Benötigte Materialien, ne Zitrupe, rund ein Königsblatt. Du musst die Pokédex weiter vervollständigen, wenn du im Rang aufsteigen möchtest. Ah ja, ist mir egal. Du da! Hauch aus! Yo! Mehr Platz im Inventor! Hauch aus! 8000, nehmt! Die nächste Stufe kann ich mir gleich. Nö, danke! Habe ich kein Geld für. So! Schnell weiter! Wir haben... Schon wieder 8 Uhr. Die ist so süß. Die sich auf dem Stuhl hochrollt. Ja, ich geh, ciao. Hey, da war ich doch schon. Wenn ich da hingehe, bin ich näher dran. Wollte ich mal wieder. Wollte ich mal wieder. Wollte ich mal irgendwie da bin. Wo muss ich hin? Da hoch. Na, sieh auf. Mann. Wollte ich mal wieder. Ja, ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Eingangs. Da unten, da ist so gut drauf. Ja, runter. Danke. Guten Tag. Geh doch mal rein, ne? Oh, was will ich hier drin? Hm. Jawohl. Jawohl. Ich bin gar nicht da. Bin ich da. Bin ich da. Bin ich da. Bin ich da. Du siehst mich nicht. Ich bin hinter einer Säule. Nein. Dreh dich um. Los, dreh dich um. Hopp. Hopp, hopp. Danke. Ich stehe jetzt an der Statue, du kannst mich gar nicht sehen. Nein. Nö. Bin ich da. Dreh dich um. Dreh dich um. Tschüss. Upsi. Hutscht das? Oh, ich kann doch. Ich kann doch nicht durch. Oh, oh, oh. Oh, das ist der Schritt. Guten Tag. Nein, jetzt nicht. Oh, ich kapte da lang. Der Willi ist der Anfänger. Oh. Oh, was ist das? Oh, warte, das kommt mir bekannt vor. Oh, was machst du denn hier, Naira? Äh, forschen? Oh, oh. Du willst die Geheimnisse des Blizzard-Tempests lüften, oder? So habe ich es jedenfalls vorhergesehen. Du schaffst es aber auch immer wieder, dich in die seltsamsten Dinge verstricken zu lassen. Also, diese Pforte hier. Es heißt, dass hinter ihr ein Pokémon schlummere, das die südlichen Kontinente hinter sich hergezogen haben soll. Wir haben alles versucht, aber die Pforte will einfach nicht aufgehen. Ach, lass mich mal berühren. Die Steintafel und Frosttafel reagieren auf die Pforte, aber sie bleibt fest verschlossen. Gut, ich würde behaupten, uns fehlt eine Tafel. Klingt noch bei laut. Ja? Ich gehe zu Feuersparinsel, ist ja schon okay, ich gehe ja schon. Hab's verstanden. Kolorra. Hup! Ich gehe mir einfach woanders hin. Hup! Tadaaa! So, schau weiter. Ja, ich gehe. Uuuh. Da sind zwei Questpunkte. Uuuh. Ist es ein Bug oder etwas anderes? Magie. Ein gemeinsames Fest bei den Clans und der Galaktik-Expedition. Es war wie ein Traum, das ich vor den Augen aller Zeit mit Susumi verbringen konnte. Hör mal, naja, Rani... Äh, nein, Rana. Also, Rana möchte etwas mit dir besprechen. Genau. Und dich möchte ich auch dabei haben, Perla. In letzter Zeit bereitet mir die Feuersparinsel etwas Sorgen. Die Feuersparinsel? Du scheinst nicht sonderlich begeistert zu sein. Das ist mir zu heiß. Also, Perla. Das ist der Ort, an dem ich mich um Arkani und den König der Insel kümmere. Wie kannst du so herablassend darüber reden? Arni. Du sollst mich doch vor anderen nicht so nennen. Oh, entschuldige, das ist mir aus Gewohnheit rausgerutscht. Ähm, also, dann komm bitte schnell zur Feuersparinsel. Solange werde ich da nämlich nicht warten können, ohne zu schmelzen. Und, das ist mein Ernst. Abkürzung. Abkürzung. Hoi. Hey, Perla. Hey, Suzuki. Hallo, Auto. Danke, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast, naja. Suzuki kommt Rana etwa nicht? Also, das ist so, sie stattet gerade Arkani einen Besuch ab. Deswegen sollen wir den Lavadom schreien ohne sie untersuchen. Äh, im Ernst? Wie gemein von ihr. Sie weiß doch genau, dass ich die jetzt nicht gut vertrage. Die Wächterin des Königs der Insel ist voller Güte. So etwas würde sie sicher niemals in böse Absicht tun. Na, wie dem auch sei. Lass uns hineingehen, naja. Das ist in dem Gefäßt. Wo? Da. Auf dem Rückweg. Oh. Hit. Ran. Ran. Das Vieh ruft nach dir. Ran. Mensch, wo ist er, wenn man ihn braucht? Wollte ich nur darauf hinweisen. Es ist mir egal, wann du die holst. Vorsicht, Naira. Wir haben Gesellschaft. Au. Ui. Das ist ungünstig. Ich kann nicht... Ich kann keinen Pokéball dagegen werfen. Das ist gemein. Das ist gemein. Das ist voll gemein. Das ist... ...ultra gemein. Aua. Chill mal. Das ist kaputt gegangen. Chill mal. Hier. Oh, was ist das? Ach so, du hast du es mal alter durchgebrochen. Ich hab doch... Ui. Oh. Lebe. Ich muss so schön Lebele werfen. Ja, warte, warte, warte. Ich muss Lebele einsammeln. Chill mal. Au. Au. Stiff. Geht doch. Puh. Gerade drückt sie. Oh, voll. Lauft der das? Aua. Huh. Aua. Nicht sehr fiktiv. Schön. Sehr fiktiv. Oh, sehr fiktiv. Schön. Na, sie juckt. Willst du was schönes? Das viel ist jetzt keine Genesung. Schön, ne? Das ist toll. Noch nicht. Nein, nicht vor. Nein. Aus. Komm. Können ein paar Vogelbälle gebrauchen. Letz. 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 Oh. Ungesieb. Wo hab ich Glück? Huh! Manchmal kann ich echt nicht glauben, wie viel Glück ich manchmal habe. Eisentafel! Und dieses Steintafel, ich dachte, sie ist aus Eisen, wohnt die Energie des Typs Stahl inne. Ich dachte, Eisen. Wird sie auf ein bestimmtes Pokémon angewendet, erlangt es die Kraft des Typs Stahl, aber es ist doch eine Eisentafel. Puh, die Hitze hat ein bisschen nachgelassen. Äh, Leute. Vulkanio und Heatran spucken beide Feuer. Und das auf einer Vulkanhänsel. Kein Wunder, dass es hier so heiß ist. Hat aufs Herz, Suzuki. Hätte ich überhaupt hierher kommen müssen? Ähm, also ich denke schon. Als Oberhaupt des Perlclans ist es doch deine ehrenwerte Aufgabe, Problemen in der Nähe von Hoheitsstätten nachzugehen. Oh, oder nicht? Hm, meinst du? Ich habe eher das Gefühl, dass Rana sich an mir rächen wollte, weil ich ihr aufgetragen hatte, Vulkanio härter zu trainieren. Aber nein, das ist völlig undenkbar. Wobei sie davon gesprochen hatte, dir zuliebe etwas strenger an den Tag legen zu müssen. Das dachte ich mir schon. Zu Fukano ist sie stets so lieb, aber dasselbe gilt wohl nicht für mich. Ähm, ähm, jedenfalls gute Arbeit, Neira. Wir machen uns dann schon mal auf den Rückweg. Okay. Yeah. Da waren es nur noch zwei. Da waren es nur noch zwei. Zwei, zwei, zwei. Oh, guckebein. Quäst. Nehmen wir es, nehmen wir es. Quäst. In welche Richtung war die? Da so? Da so. Ich hänge. Da, da ist eine Alphaband. Toll. Da ist auch eine Alphaband. Alphaband, Alphaband, Alphaband. So, wie komme ich denn jetzt zu Quest? Da. Wehe, da ist auch eine Alphaband. Ich liege richtig, ja? Ja, gut. Ihr schafft das. Schwören. Ich schaffe das. Echt? Das ist hin. Ach, da ist die Musik vom Spiel. Ich war gerade irritiert so. Da kommt die Musik. Ja. Doof. Lass mich. Hey. Ich glaube, ich muss die Tiefel nicht. Nein, lass mich. Aus. Danke. Ciao. Herz erdrückt. Ich betreue dem auch mal, wenn die Jungs sind. Ich gucke lieber 30 Mal auf die Karte. 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 Ah, gemütlich. Oh, ein Fries. Hm. Fast da. Uh. Ich sehe da was Hübsches. Ich sehe da was, was ich haben will. Nein. Danke. Komm, da müssen wir es. Und ich habe auch die Quest direkt gefunden. Tada. Und noch fünf zu mir. Ach, fliegt doch nicht so hoch.